Hallo und willkommen zurück zu Far Cry Primal. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge. Wir sind immer noch unterwegs in Richtung Tasche, Beutetasche, die ich in der letzten Folge markiert habe und wo wir ja den Kampf gegen das Wildschwein gewonnen haben. Ich frage mich gerade, wie sollen wir denn... Ach, hier ist die Tasche, oder? Ach nee, das war ja genau die Hand, ja. So, wir brauchen noch einen für eine weitere Belohnung. Ich schaue mal eben auf die Karte, stimmt, das war ja die Hand gewesen. Jetzt kommt die Tasche. Ich erzähle schon wieder vollkommenen Blödsinn. Und mal eben schnell die weitere Tasche markiert. So, Deja Hunt. An die eine Tasche kommen wir ja nicht ran, haben wir in der letzten Folge rausgefunden. Da, ja. Äh. Hä? Wo soll... Hallo? Wo soll denn bitte hier die Tasche sein? Hier soll die Tasche sein? Wieso komme ich denn... Kann das sein, dass die Tasche vergraben ist? Dass man da erst später dran kommt? Dass man sich erst einen Schaufel oder so craften muss? Hm, das ist aber merkwürdig. Ich schaue nochmal eben auf die Karte, ob wir hier die andere Tasche kriegen. Die scheint in der Höhle zu sein, oder? Ja. Ja, meine Kaka. Hm. Entschuldigung. Ach, guck mal an. Was haben wir denn hier alles Schönes? Was ist das denn? Forge... Ach, hier sieht man seinen Fortschritt. Reise beendet. Okay, 1 von 13. Das Land von Oros. Was haben wir hier? Dorf. 0 von 16. Oh, da kommen 16 Dörfer. Aha. Rotund, Wildschwein und hier scheinbar die Bestien gezähmt... Ach, gezähmte Tiere und gejagte Tiere. Interessant. Ach, können wir gar nicht aufnehmen. Unsere Taschen sind voll. Was haben wir hier? Aha. Huch. Entdeckte Orte. Mhm, mhm, mhm. Aha, aha, aha. Gefundene Wunschstücke. Okay, interessant. Das ist quasi so eine Habwild hier. Wo man dann nochmal so ein bisschen gucken kann. Da kommen aber noch jede Menge Waffen. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Naja. Ist übrigens auch ein reines Singleplayer-Game. Also das Spiel hat keins Multiplayer. Finde ich gar nicht mal so schlecht, weil... Ach, man kann sich sogar ausruhen. Ach, wisst ihr was? Das machen wir mal. Wisst ihr morgen, der Morgen schlafen? Ach. Uah. So. Frisch ausgeruht bis zur Morgendämmerung. Sehr schön. Bis zum Morgengrauen. Schauen wir mal eben Belohnungsinventar. Schauen wir nochmal eben rein. Was haben wir da schönes? Das nehmen wir mit. So. Sehr geil, dass die für uns auch sammeln geht. Finde ich total geil. Dass man hier dann immer so ein bisschen selber dann alles... Nicht selber alles... Ja, ja. Nicht selber alles, äh, äh. Klar kann man schon machen, aber... Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, das mit den Taschen... Ich glaube, das mit den Taschen... Ich glaube, das lasse ich mal sein. Ich glaube, wir gehen direkt jetzt erstmal hier zum... Zum Narcuti-Leuchtfeuer. Mache ich mal einen Wegpunkt hin. Und dann geht es direkt in die Richtung. So. Wir haben bis zum Morgengrauen geschlafen. Finde ich ja sogar interessant, dass man bis zum Morgengrauen schlafen kann. Auch bis zur Abenddämmerung. So ein bisschen wie bei, ähm... Bei Dying Light. Bei Dying Light war es ja auch... Da konnte man ja auch mal schlafen. So ein bisschen, wenn man zum Beispiel nachts mal rumlaufen wollte. Weil so wie das aussieht, wird es wohl hier auch Tiere geben. Die man... Tiere geben, die man wahrscheinlich am Tage nicht zu Gesicht bekommt. Aber dafür nachts. Und ich feiere die Musik total, bin ich ganz ehrlich. Ich feiere diese Musik. Da unten sind wieder diese blauen Pilze. Da hinten leuchtet Schiefer, sehe ich noch. Ah, wir müssen jetzt zum Leuchtfeuer. Ö, ö, ö. Ö, ö, ö. Machen Ziegen ö, ich weiß es gar nicht. Machen noch nicht ö, oder? Machen die mäh, mäh, mäh. Ja gut, wir sind hier, ne? Zehntausend Jahre vor... Vor unserer Zeit. Kann natürlich sein, dass die Ziegen mittlerweile, äh... Ja, ihr... Ihre Sprache geändert haben. Mittlerweile. Ich weiß... Habe ich nicht gerade von noch schon gesprochen? Rotblatt nehmen. Nehmen wir mit. Da oben müssen wir hin. Ich habe manchmal so ein bisschen Angst, auch hier voranzuschreiten. Weil man weiß ja nie, wo hier die... Diese... Tasche sind schon wieder voll. Ich fass es nicht. Ähm... Wo diese Gegner hier sind. Oder beziehungsweise die von den anderen Stämmen. Weil wenn man die begegnet, ist es ja dann nicht so... Boah, Alter, sieht das geil aus. Alter. Alter. Ähm... Entschuldigung. Guck mal, hier ist nochmal ein Rotblatt. Nehmen wir natürlich auch direkt mit. Wenn wir schon einmal hier auf dem Weg sind. Ich habe jetzt schon Angst vor... Ja, Säbelzahntiger und Mammuts alleine zu jagen. Wenn das überhaupt möglich ist. Was haben wir denn da hinten? Habe ich nicht gerade noch von gesprochen? Weißt du, da redest du einmal... Da redest du einmal davon und zack sind sie auf einmal da. Das gibt es doch nicht. Huch. Ach, guck mal, tauchen können wir auch. Wie geil ist das denn bitte? Ich möchte nicht wissen, was hier alles... Was hier alles in den Gewässern so... Huch. Ich will gar nicht wissen, was hier alles in den Gewässern so drin ist. Du kannst eh nicht schwimmen, du Sau. Und wir müssen da oben hoch. Ich mache mal einen großen Bogen um die Mammuts. Weil ich glaube nicht, dass ich es unbedingt probieren möchte. Also ich möchte nicht unbedingt probieren, gegen einen Mammut jetzt schon zu kämpfen. Ich glaube, das möchte ich mir noch ein bisschen sparen. Was ist das denn da hinten? Wir haben einmal da einen Wegpunkt, einmal da einen Wegpunkt. Was ist das denn da? Ich schaue mal... Ich schaue mal eben auf die Karte. Warte mal. Wenn ja, Ereignis, Rettung. Töte die Eindringlinge und rette die Gefangenen von Wenn ja. Belohnung, XP und Bewohner. Das machen wir mal. Das machen wir mal. Komm. Ich packe mal den Bogen aus. Töte die Angreifer und rette die Gefangenen, wenn ja. Ja, natürlich. Oh, 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 warte mal. Yeah. Sehr schön. Bevor ich die jetzt rette, werde ich erstmal die hier ausrauben. So, wir haben sie auf jeden Fall... Der eine wollte gerade die eine töten, aber wir haben sie gerettet. So. Jawohl. Da haben wir wenigstens Bewohner befreit. Sehr schön. Ich höre aber schon wieder neue Bewohner. Okay. Ja, ist ja gut. Was... Was... Was sich freut. Ich meine, ich würde mich auch freuen, wenn mich jemand rettet. So. Dann gehen wir mal da oben hin. Wie es aussieht, kann man hier hochklettern. Hallo? Hallo? So. So. Jetzt... So. Was? Wovon sind die denn jetzt weggerannt? Was ist denn da los? Oh, da ist ein Mammut. Vielleicht sind die deswegen weggelaufen. Das kann natürlich sein. Also mit Mammut möchte ich mich, wie gesagt, auch nicht so anlegen. Das ist... Nicht so... Nicht so schön, glaube ich. Alleine. Vielleicht mit mehreren. Ja, aber alleine. Okay, da geht's nicht lang. Aber hier. Es ist ganz schön... Spann... Also ich muss sagen, es baut eine ganz andere Spannung auf wie so ein normales Far Cry, wo jetzt schon... Also ich würde sagen, einen normalen Far Cry hättest du jetzt schon wahrscheinlich ein Maschinengewehr und eine Pistole und ein Bowie-Messer. Und würde sich total sicher fühlen. Aber das macht schon eine ganz andere Atmosphäre hier aus. Dieses... Ja, nur einen Bogen zu haben. Nur einen Speer. Nur eine Keule. Oh, oh. Oh, oh. Höh! 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 Gewick! Alter! Das macht... Was habe ich gerade noch gesagt? Was habe ich... Was habe ich gerade noch gesagt? Das macht eine ganz andere... Habe ich zwei eigentlich? Was? Das macht eine ganz andere Atmosphäre aus. Ganz ehrlich. Oh, oh. Höh! Oh, oh. Das macht eine ganz andere Atmosphäre aus. Oh, schwarzes Seltenesfell haben wir jetzt bekommen. Wie geil ist das denn bitte? Jawohl. Wir können... Wir können... Ich glaube, unten rechts am Bildschirmrand sieht man es. Man kann im Bau-Menü jetzt was... Ich schau mal eben... Wir haben ein Seltenesfell. Jawohl. Eine Geweidetasche können wir erweitern. Geil. Jawohl. Da brauchen wir jetzt ein Jackfell als nächstes. Fünf Stück. Aber dieses Seltenefell ist ja geil, was wir bekommen haben. Das ist bestimmt für irgendwas Besonderes. Ich bin mal gespannt, ob man später auch eine Zwille bauen kann oder so. Man kann ja auch Gegner anlocken und so. Entzünde Leuchtfeuer, um es für die Venya zu erobern. Ah, okay. Das werden wahrscheinlich jetzt so die Basen sein, die man aus dem normalen Far Cry kennt. Aber was wollte ich denn gesagt haben? Ich wollte gesagt haben, es macht eine ganz andere Atmosphäre, weil man hier sich so... Ja, nicht wie im normalen Far Cry... Ah, jetzt habe ich hier mein Maschinengewehr und jetzt blätte ich mal das ganze Dorf und alles. Sondern hier ist es wirklich... Du hast... Also ich muss sagen, ich habe echt Respekt davor, hier einen Schritt vor den anderen zu setzen. Weil du hast ja nur deinen Schläger oder deinen Prügel, wollte ich jetzt sagen, hier die Keule. Ihr hätt Keule gesagt. Und es macht... Und ich finde es... Also ich finde Leute, die selber spielen, die vielleicht auch hier zusehen... Leute, spielt es ohne Karte. Bin ich ganz ehrlich. Spielt es ohne Karte, das macht das Ganze noch viel, viel authentischer und interessanter. Ich bin froh, dass ihr die Karte ausgemacht habt. Ganz ehrlich. Huch, Leuchtfeuer. Leuchtfeuer sind große Feuerstellen, die in deinem Gebiet markieren, sobald du sie erobert hast. Schalte die Gegner in der Nähe aus und entfache die Leuchtfeuer, um sie für deinen Stamm zu erobern. Eroberte Leuchtfeuer schalten in Schnellreise frei und bieten dir sicher Ruhestätten und Zugriff auf deine Belohnungslager. Ja. Das ist natürlich dann auch ein bisschen doof ohne Karte, weil man jetzt die Gegner nicht sieht, aber auch wieder gleichzeitig wieder interessant. Weil das macht das natürlich auch wieder ein bisschen spannender. Denn... Jetzt... Ich stelle mal ein paar Dings her. Ein paar Pfeile. Denn jetzt muss man natürlich selber gucken, ohne... Ohne Karte, wo Gegner sind. Gut, wir haben natürlich hier unseren Instinkt, den wir nutzen können. Aber... Es sieht aus, als wäre hier keiner im... Dorf, oder? Oder meine ich das nur? Oh, oh. Was war das denn? Das hört sich nicht gut an. Ach, hier drunter kann ich gar nicht herlaufen. Das ist natürlich auch sehr geil. Das ist mir viel zu... Was war das denn? Alter, was war das denn? Habe ich... Habe ich mich jetzt erschrocken? Was war das denn? Alter. Willst du mich verarschen? Boah, wenn wir den erledigen. Boah, wie... Boah, habe ich jetzt einen Schock gekriegt? Überleg mal, man trifft den nachts. Hilfe. Das ist mir viel zu ruhig hier, muss ich sagen. Das weiß ich nicht. Alter Schwede. Okay, ich entfache mal hier das Leuchtfeuer. Äh. Äh. Muss ich vielleicht dafür die Keule anzünden? Warte mal. Ich zünde mal meine Keule an. Hm, meine Keule. Yeah. Ach, ja. Das kennen wir ja. Na, gut, die Leuchtfeuer. Eroberte Leuchtfeuer. Eins von 16 beansprucht. Du erhältst 400 XP. Yeah. Schnellreise. Wenn du ein Leuchtfeuer oder eine feindliche Außenposten eroberst, haltest du neue Schnellreiseziele frei, mit denen du schneller durch Oros reisen kannst. Du kannst außerdem in deinem Dorf Schnellreise, um Hütten zu erreichen oder zu verbessern. Drücke Touchpad und wähle ein Kartenmenü Schnellreise. Nutze einen Linkstick, um zu markieren eines Leuchtfeuers, Außenpostens oder eines Dorfes und wähle die Schnellreise. Ja, okay. Interessant. So, jetzt stecken wir eben hier die Keule weg. Was haben wir denn hier? Sieht auch aus, als könnte man das irgendwie. Naja, gut. Ich muss mal doch ein bisschen... Irgendwie ist mein Monitor doch ein bisschen sehr hell eingestellt, muss ich sagen. Was mir gerade gar nicht zugute kommt, weil es blendet mich sogar etwas, muss ich sagen. So. Ja, interessant. Dann haben wir ja hier jetzt wieder einen Save-Punkt. Quasi. Der uns natürlich auch wieder neue Gegenstände bereithält. Heilen wir denn selber? Nein, ne? Ja gut, solange wir unsere Lebensanzeige nicht sehen, weil wir es ausgeschaltet haben, ist mir das auch relativ egal. So, was haben wir denn hier? Schönes Venya helfen. Eskorte. Bringer in der Gruppe, Venya in sich hat. Schwierigkeitsgrad leicht. Belohnung, Bewohner, Besonderheit, ein Fähigkeitspunkt. Hm. Was haben wir da? Lagerfeuer. Hier haben wir wieder einen unbekannten Ort. Unbekannter Ort. Mhm, mhm, mhm. Das klingt spannend. Ich würde sagen... Da gehen wir mal hin. Da gehen wir mal hin. Und man sieht schon, es wird schon... Es wird schon größer, die Karte. Ich würde sagen, wir gehen da mal hin. So, wo ist das? Das ist... Da unten, okay. Ich packe mal wieder die Keule aus. Und die Keule brennt immer noch. Der hat die ganze Zeit die Keule, die brennende, die brennende Keule einfach in der Tasche gehabt und die ist immer noch am Brennen. Finde ich interessant. Huch. Zündet der eigentlich den Butch an, wenn man so macht? Ja, der zündet den Butch an. Ist ja faszinierend. Erstmal einen Waldbrand auslösen. Ach, wie krass. Oh. Äh. War ich nicht. Ich glaube, ich habe gerade einen Vogel erledigt. Ach, guck mal einer an. Fleisch haben wir. Da liegt der Vogel. Wen bellt er denn da an? So, ich werde mal eben hier die Federn sammeln. Boah, wie sich dieses Feuer aber auch ausbreitet. Ist so mies. War ich nicht. Greenpeace. Greenpeace. So. Lalalalalalalalalalalalalala. Ich muss ganz ehrlich sagen, es tut mir leid. Aber mir ist das persönlich hier im, wo ich jetzt selber spiele, ist mir das echt zu hell. So leid mir das tut. Gut. Ich muss das hier leider runterdrehen. Das ist mir zu hell, sonst. Sonst kann ich das nicht. Huch. Sonst kann ich das nicht vernünftig spielen. Sonst ist mir das zu grell. Vor allem für meine Augen ist das nicht sehr gesund. Aber für euch geht das ja eigentlich noch, wenn ich das so sehe. Gut, die Nacht wird vielleicht ein bisschen dunkler für euch sein. Ich glaube, der verbrennt sich gleich die Finger an der Keule. Kann das sein? Was war das denn? Ah, guck mal da. Wo will er denn? Was ist das denn da oben? Tatsächlich, guck mal, die Keule brennt ab. Wie geil ist das denn bitte? Ist das eine Falle? Das ist wieder ein schwarzes Seltenisfell, was er hat, was wir gut gebrauchen könnten. Jetzt würde mich mal echt interessieren, ob er sich die Finger da dran verbrennt. Was ist das denn? Okay, hat sie weg, geht die. Ah, okay. Die schmeißt er dann weg. Deswegen müssen wir uns auch neue bauen. Neue Keulen. Geh weg. Was? Was ist das denn? Was war das? Was war das? Ah, da unten kämpfen welche. Wie krass. Ach, wie krass. Die kämpfen gerade gegen Mammuts. Ach, wie krass. Können wir das Rotblatt hier mal eben mitnehmen. Ich glaube, die haben es aber nicht, ich glaube aber, die haben es nicht überlebt. Den schnapp ich mir jetzt. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Liebe Tierschützer, es tut mir leid. Es tut mir leid, aber... Bevor jetzt hier das abfackelt, werde ich das mal versuchen runterzuschießen. Äh. Äh. Wo ist es, wo ist es hin? Huch. Wo ist es denn hin? Hä? Habe ich das jetzt schon eingesammelt? Okay, anscheinend... Ist einfach weg. Ich weiß nicht, was es war. Ich habe keinen blassen Schimmer. Es ist einfach, es ist einfach futsch. Ich dachte, das wäre irgendwas Besonderes, aber naja, gut. Ah, wie hübsch. Mein Gott, das ist echt... Ah, guck mal, hier brauchen wir auch den Enterhaken für. Mhm, 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 mhm. Ja. Das ist sowas wie... Huch. Das ist sowas wie Enterhaken. Gab früher schon. Wundert mich jetzt ein bisschen. Aber naja, gut. Gut, wir müssen auf jeden Fall da irgendwie hin. In die Richtung hier. Hier, ich frage mich nur, wie kommen wir denn... Ah, hier. Was? So. Und ich nehme das alles momentan immer noch die ersten paar Folgen, die jetzt gerade auch raus sind, für euch schon. Immer noch in derselben Aufnahmesession auf. Und ich sitze hier schon seit... Ja, seit 14 Uhr. Und wir haben es jetzt schon 17 Uhr. Und es ist unfassbar, wie viel Spaß mir das jetzt gerade macht, hier das... euch jetzt hier auf diese Reise mitzunehmen. Und ich glaube, wir werden auch viel, viel mehr Spaß haben. Vor allen Dingen auch die Momente, wo ich mich, glaube ich, richtig erschrecken werde, was da auf mich zukommt. Oh Mann, 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 oh Mann. Ah, ist das... Ist das... Huch. Ah, okay. Das wird mir schon angezeigt. Ja, mit dem schönen Ausblick möchte ich euch aber trotzdem jetzt erstmal... Huch. Möchte ich euch trotzdem jetzt erstmal entlassen in einer weiteren Folge Far Cry Primal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ihr schaltet dann wieder ein. Also macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.